München mit Smith-Alessons, Ortega in den Spezialtrikots. Viel Spaß bei der Partie. Siebter gegen Erster. Von denen, die auf dem EI stehen, das zeigt auch nochmal, wie ausgeglichen diese Münchner Mannschaft besetzt ist. Und dann spielen sie so klasse aus mit Redmond auf Fassner. Die Scheibe selber nimmt dann Redmond mit und dann zwei Direktpässe. Werwitsch. Der Mitte ist so etwas mit dabei. Der Pass kommt und das Tor auf von Janorvas. Hier gut aufgepasst von Emminger an der blauen Linie. Ja, hat dann einfach Tempo aufgenommen von Werwitsch. Super Pass genau im richtigen Moment. München macht sofort weiter mit Derry Boyle, Chris De Sousa, Trevor Parks schweißt ihn rein zum 2 zu 1. Derry Boyle vorne startet Justin Schütz. Weiter Pass kommt dann auf Schütz. Nächste Konterschuss für München Schütz. Tor! Der rechts hinten der Sousa für den One-Time-Alessons und Smith in der Mitte. Dann ist es der Schoner von Kranstrick, der die Scheibe irgendwie ablenkt. Samuelson. Werwitsch nimmt den Schuss. Nachschuss. Tor! Jäglitsch. Der Punkt bleibt bei den Pinghuls. Mit Stieger Jäglitsch. Und Werwitsch wieder aus dem Slot. Jetzt kann München klären. Das Sousa mit dem Schuss aufs leere Tor. Und mit dem Empty. Let's go! Ja, diese Intensität und diese Detailversessenheit, die Trevor Parks im Interview nach dem zweiten Drittel angesprochen hat, die hat man heute auch gesehen. 5 zu 2 ein Sieg für den ERC Repo München, für den Spitzenreiter. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.